Jetzt sind wir noch zu Mulden gekommen. Wobei dem Jonathan eigentlich trotzdem kein Kraut-Ochsen ist. Jonathan ist eine unserer bedeutesten Muttersorten für viele Neuheitsorten. Er hat ganz zur Schnorke-Genetik. Er ist auch ein irrsinnig guter und sucher Abteil. Es ist nur schade, dass sich in den Kulturen der Jonathan angebrannt werden. Da gibt es nur mehr Jonathan. Wir in der Verarbeitung haben nicht unbedingt das große Problem. Aber in Supermärkten haben wir fast nur Jonathan. Das kommt davon, weil das ist eine Allerweltsorte. Von Neue Seeland bis Sankt 6. Min. gibt es überall Jonathan. Jonathan ist allerdings, und da könnt ihr mal probieren. Ich meine, jeder Apfel ist gesund. Aber dann stehen wir an Jonathan auseinander und ein bisschen mitten lesen kann. Nur, bis der Ocke brauchen. Hoppala. Tschüss. Tschüss. Tschüss.